wir haben funke smokebird sollte jedem bekannt sein wir testen rot und grün ich kann nicht garantieren dass die hochgehen ihr seht ich bin immer noch auf dem feld ich probiere es einfach immer die sonja nicht ganz so gut sein es wird ein vergleich gegen die aufwärts kommen und da sieht er wieder runter fällt abschluss so und der roten den packen wir mal hierhin der hat gebrannt oh ja der rot sieht schön aus